Das ging mal gewaltig daneben. Was mache ich jetzt mit der Kugel hier? Die wird mich nicht weit bringen. Jetzt glaube ich jetzt wieder selber, oder? Jetzt sicherlich. So, mit der vorne muss ich doch auf jeden Fall was getan haben. So, das ist das, was sich aufgestellt hat. Das ist kaputt. Okay, das war schon mal wichtig. Jetzt werden wir wahrscheinlich die Kugel brauchen, die wir nicht haben. Okay. Ah, okay. Ich habe das verstanden. Jetzt funktioniert das Ganze. Da habe ich die Pulpel weggeworfen. So, danke, danke, danke. Oh, Eispfeiler. Und von rechts, ja. So, hier ist nichts mehr. Okay. 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 Ja, das ist jetzt alles schön und gut. Da werden wir an den Schreinig reinkommen. Ja, sowas können wir eben mitnehmen. Okay. So, war jetzt so gut. Ich bin jetzt eigentlich bloß auf die andere Seite, oder was? Das schauen wir uns jetzt gleich an. Okay. Okay. Ich brauche das eigentlich gar nicht versuchen. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, gibt es zwei Kugeln, oder gibt es bloß eine? Wenn die respawn ist, wäre das gar nicht schlecht. Und dann könnten wir das vielleicht sogar noch schaffen, ne? Okay. 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 Okay, es gibt zwei, vergiss es. Das können wir aber vergessen. So bin ich jetzt tot. Ich segle da ganz normal runter. So, hier waren wir stehen geblieben. Problem wird es sein, wenn die zweite Kugel nicht mehr auftaucht. Ich muss jetzt erstmal hier irgendwie hochkommen. Okay. 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 Also, dann müssen wir hier wieder oben sein. Was ist das? So, wir haben hier Strom. Jetzt brauchen wir nur noch die Kugeln. Dann sollten wir das eigentlich geschafft haben. Die Frage jetzt, ob wir zwei Kugeln haben. Hier ist keine mehr. Tja, unsere letzte Chance ist jetzt, dass auf der anderen Seite noch eine ist. Sonst sind wir leider raus. Die hier oben sogar eingesammelt. Hier ist es. Tja, ich hab keine zweite Kugel mehr. Wir müssen jetzt irgendwie hier rauskommen. Irgendwo wir reingekommen sind, wahrscheinlich da drüben. Es hat halt keinen Sinn, ohne zweite Kugel hier weiterzumachen. Das ist hier wohl klar. Aber dazu müssen wir halt erstmal wieder hier raus. Wir wissen ja jetzt wie es geht. Wir wissen ja, wie es geht. Wir wissen ja, wie es geht. Wir wissen ja, wie es geht. wieder zum Titanen. Könne ich mich hier nicht hin teleportieren? Muss ich wieder hier hoch? Ja, ja, Sandkraft. Den Rest muss ich ändern und du kannst diesen Teil lernen. Aber versprich mir ein, dass du kommst lebendig wieder zurück, ja. Ja, wenn ich denn irgendwie an den Titanen rankomme. Ist hier irgendwas in der Nähe? Wahrscheinlich nicht. Irgendwo hier eine Sandrobbe? Wahrscheinlich auch nicht. So, wo ist denn die Richtung? Die Richtung stimmt ungefähr. Das ist jetzt echt kalt. Also gut. Gut. Dass wir uns jetzt nicht mehr zum Titanen teleportieren können, das wundert mich schon. Jetzt geht's wieder. Was ist da bitte falsch gelaufen? Einmal geht es, dann geht es wieder nicht. Sehr komisch. Aber gut. Wir wollen ja nicht meckern. Wir haben nämlich eine Aufgabe. Und die bringen wir jetzt zu Ende. So, denn wir wissen, was wir tun müssen. So, zum einen. Erstmal das hier. So, das wieder nie wird. Okay. So, geht's jetzt. So, ich möchte die rachel. So, ich möchte den Rennen auch gehen. So, ich möchte die Rennen. So, ich möchte die Rennen. Das ist ja immer. Jetzt kommen wir durch die Zweckenböden. So, das ist Nummer 1. Jetzt müssen wir hier drüben eigentlich irgendwo Nummer 2 kriegen. Hoffe ich. Ansonsten haben wir nämlich ein Problem. Dann weiß ich nämlich nicht mehr, wo ich die Kugel hier hatte. So, wir fahren aber noch eins hoch, oder? Da ist sie nämlich. So, noch eins nach unten. Und das letzte. Toll gemacht. Alle Kontrollsiegel sind aktiviert. Fahre jetzt noch die Steuerungseinheit wieder hoch. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du jetzt hin. Aber sei weiter auf der Hut, ja? Natürlich. So, äh, wartet mal. Also, ist egal. Wir müssen eh mit dem Fahrstuhl fahren. Den wir natürlich jetzt verpasst haben. Komm ich hier runter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es ist. Und das hier könnte noch von Vorteil werden. So, irgendwo werden wir auf den Tod kommen. Jetzt bin ich. Jetzt wird...